Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Dennis und heute zeige ich euch die SMR. Ich nenne sie auch mal gerne die Steinschleuder, weil es einfach eine Steinschleuder ist. Es würde sogar mehr bringen, wenn man mit Stein schmeißen würde. Und ja, diese Waffe ist so präzise, dass man sie, wenn man sie sprayt, genauso präzise ist, dass wenn man sie mit ihr zielt. Sie hat ein Magazin von 20 zu 140 und besonderlich ist diese Waffe nicht. Also kommen wir direkt mal zu der Gepäckpanschen. Sie nennt sich Smiler und naja, wie man sehen kann, bringt es gar nichts mit ihr zu schießen. Wo andere Waffen in Runde 30 völlig abgehen, geht diese Waffe völlig unter. Also diese Waffe ist völlig unter aller Sau und gar nicht zu empfehlen. Ja, wie man hier sehen kann, im Video habe ich jetzt mal einen kleinen Balken eingefügt. Ihr habt euch gewünscht, dass ich eine Rangliste mache von 1 bis 10 oder sowas. Das habe ich natürlich dann auch in Photoshop erstellt für euch und ich gebe dieser Waffe Gepäckpansch 2 Punkte und Ungepäckpansch nur 1 Punkt, weil diese Waffe einfach nur der größte Scheiß ist, den ich kenne. Und ja, das war es von mir. Bis zum nächsten Video und haut rein. Bis zum nächsten Video.